unsere blaubeeren beliebt bei allem was flügel hat wespen vögel wespen aller art und jetzt wollte ich ein paar ernten damit ich ein zwei gläschen noch ein machen kann und jetzt sind obwohl gar nicht so viel sonne ist ziemlich viele wespen überall unterwegs gewesen dann habe ich mir gedacht jetzt machen wir mal ein räuchertöpfchen an das mit dem rauch mögen sie ja nicht ganz so gerne so dass es nicht so viele sind und ja das zeigt auch schon ein bisschen wirkung also es sind auf jeden fall nicht mehr ganz so viele da wie vorhin und dann kann ich in ruhe ernten ohne dass ich immer aufpassen muss wo ich jetzt hin lang ob ich da in einer reihen lang oder so weiter und die fühlen sich da natürlich auch gestört so hauen sie dann doch leichter mal ab ein paar sind immer noch da da müsste man wahrscheinlich dann noch mehr noch ein zweites töpfchen anmachen von der anderen seite ich hab's jetzt erst mal so probiert ich hab das gefühl das geht gut die kommen auch nachher noch richtig zum räuchern das wird noch ein bisschen intensiver der rauch am anfang ist er immer ein bisschen verhalten und dann kommt aber ziemlich intensiv und dann hüllt er das alles so ein dann kann ich in ruhe ernten ok